Die Klima ist natürlich immer angewechselt und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich so einen Job machen darf und auf jeden Fall hier oben auf den 3'000 Metern das einmal erleben. Wir befinden uns hier von Piz Gloria auf den 2'970 Meter und haben mit der Zusammenarbeit von Gelma und von anderen ein Fachwerk aufgestellt, um das Gebäude abzustützen. Das Ziel der ganzen Konstruktion, die wir hier sehen, ist, dass die ganz langen roten Stallträger, zwei Turme, das war eigentlich, dass wir den Satteljoch des bestehenden Seilbands empfangen können, damit sie die Neue renovieren können oder eigentlich die Neue bauen können. Noch ganz wichtig ist, dass wir die mittleren Träger, die 2'14 Metern, die sind 3,3 Tonnen schwer, eine. Und daheim muss man natürlich ganz präzise und immer ganz erforscht mit dem Wetter, die hier oben ist, die Wintergeschwindigkeit und alles. Dass wir es sauber einsetzen können. Und wir können es besonders hier haben, die Fachwerksträger. Das ist 33,68 Meter Sponweite Abstützung. Das ist jetzt die Gesamtlänge, das ist etwa 34,50 Meter. Also haben wir es eigentlich sehr gut gemacht, weil es sehr gut klappt hat. Ich bin mehr als zu viele, ja. Wie du siehst, haben wir jetzt eigentlich den ersten Träger hier hineingeschoben, ja. Und eigentlich die ganze Last vom Restaurant, den wir am Schluss aufnehmen, oder? Speziell ist der Kran, das ist auch immer im Anschlag. Und der kommt natürlich nicht hier unter die Gebäude. Und dadurch muss man sich selber zu helfen wissen und Rollen einbauen. Es geht jedem etwas anders. Jeder Träger wird sicher eine Herausforderung sein. Das Problem ist sicher der Platz, den wir ein wenig haben, oder? Wo die Logistik bis das Material überhaupt schon noch da ist. Und das Wetter natürlich, aber im Moment ist ja typ-top-sat. Mir gefällt das sehr, ja. Es ist eine Herausforderung natürlich. Und nicht die alltägliche Arbeit, die wir hier jetzt gerade machen, ja.